Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So. Hallihallo meine Lieben und die Natives. You will have to put an end to the crimes committed by the Inquisition in a nearby fort. I expect you to obey the orders of her excellency without question. For Tulemi, for the Guard, fight with honor. Comrades, pack your bags. We're leaving at once. Fight with honor. For the coin and the enlightened. You can set off your excellency. Our troops will meet you at the agreed place. Gut, dann wollen wir mal. Äh, hier raus. Ne. Da geht's nicht raus. Es geht hier raus. So, wir müssen uns jetzt an der Lichtung treffen. Das dürfte nicht weit sein. Ich muss jetzt erstmal hier wegkommen. Irgendwie. Hm. Wie gesagt, das mit der Lichtung, das dürfte nicht weit sein. Oh Gott, jetzt bin ich am Hafen. Oh mein Gott. Ich hasse, ich hasse diese Stadt. Ich verirre mich immer wieder hier. Immer wieder. Das ist ein bisschen weit. Oh, ach, das ist gekrackt. Wollen wir mal kurz hier Sachen noch sammeln. Komme ich da hoch? Wo der Fuchs gerade langläuft? Perfekt. Was ist denn noch? Oh. Noch mehr? Mein Gott, wie ein Satz. Diebe. Schätze ich mal. Auf den Abend warten, später wiederkommen. Klar, wir warten auf den Abend, komm. Hier ist es, der Mad Inquisitor's fort. Ich hoffe, dass Sie alle bereit sind. Ich hoffe, dass Sie alle bereit sind. Sie sehen, dass wir hier sind. Die Prisoner sind meistens in einer Basement, vielleicht. Und es scheint, dass sie in der Right Wing sind, auch. Oh. Oh. Wir sind hinter der Kampen, wo es keine Gäste sind. Wir werden in der Nähe von dieser Seite verletzen. Wir werden zwei nahe-malte Assaults verletzen. Die erste, größere Gruppe will attack von der Fronten, zu causeen Chaos in den Enemy Ranks. Als für mich, meine Companionen und ich werden in die Building von der Backen und in die Basement gehen. Wir werden als viele Prisoner frei machen, und nutzen die Möglichkeit, zu suchen die Building. Once you have eliminated the troops in the front of the Building, focus on the right wing. At your orders. Should we keep a few men here to catch any potential runners? Indeed. An excellent suggestion. Are you ready for the assault? We're ready, your excellency. In that case, conduct the assault as soon as you are in position. Ich muss mal hinter das Lager hier aufschlagen. The level. 어줘 euch I can sitzre. The level. The New beton ich bin. How we gegen ihn voranzeig united. Der empezなく 모든aten zu kommen. ikhite mit dir aufschlagen pawnballzielle unter Druck. Manter zu weg. ZS seemed auf dem die contributing. Die Lebens reflexمfragen Unbelievable. Gejen rein. Unter dive in��가. Die Dicum kalte Critical da. Die louder. Die ZS zum klubsige. Oh, hier kommen wir gar nicht lang. Ich muss noch räubern. Geht es aus! Take a potion! May the Shadow engulf our enemies! May the Shadow engulf our enemies! You're running out of energy! Drink a potion! Quick, let's hurry and reach the prisoners before the Inquisitors kill them all. Okay, so we're going to take a potion here. Ah, hier habe ich noch einen Schlüssel gefunden. Gucke mal einen an. Gefangenenverzeichnis. Dieses Verzeichnis listet die Gefangenen auf, die im Lager festgehalten wurden oder werden. Es gibt keine Namen, nur kurze Beschreibungen und eine Schätzung ihres Alters. Es schildert auch die Art und Weise, wie sie behandelt wurden und ob sie bekehrt oder wieder ins Licht gerufen wurden. Letztere sind die weitaus zahlreichen. Die sind auch noch etwas drin. Die sind auch noch etwas drin. Was ist das denn hier? Ich besiege die Inquisitoren im Gemeinen. Okay, es sind keine Inquisitoren hier. Aber ihr seid welche. Was ist das denn gerade geplant? Ich habe gerade ganz auf einmal, ich habe aus Versehen Dinge genutzt. Und ich habe auf einmal ganz schnell mein Leben verloren. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ist hier noch jemand drin? Ne, aber da haben wir noch was. Liste der Inquisitoren, die am Geheimlager beteiligt sind. Dieses Notizbuch, das wahrscheinlich für die Wachen des Lagers bestimmt ist, listet alle Inquisitoren auf, die berechtigt sind, das Geheimlager zu betreten. Der Name von Vater Claudius taucht auf, zusammen mit vielen anderen Namen, die dem unbekannt sind. Aber Mutter Kardinalin Cornelia sicherlich interessieren würden. Jep. Gut, dass wir es gefunden haben. Ich würde jetzt nochmal nach oben gehen. Weil wir wollen sie ja alle kriegen. Nein. Jetzt schauen wir uns mal die Verwaltung. Genau. Aber sie haben sich nicht einfach auf den Weg. Ja, die Erinnerung ist sicher. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja, aber wir haben hier noch was. Geschäftsbuch des Ordo Luminos. Dieses Geschäftsbuch listet alle Ausgaben des Ordo Luminos auf, darunter auch die für das geheime Lager, die Kosten für seinen Bau und den Betrieg. Okay. Gut, dass ich nochmal nach oben gegangen bin. Sollen wir nach draußen gehen und die anderen unterstützen beim Kampf? Äh, ja. Da war ein schönes Schwertchen bei. Ich glaube, so richtig unterstützen müssen wir die nie. Hier komme ich gar nicht raus. Oh, nicht. Muss ich hier lang? Hä? Achso, hier. Wie blöd. Du bist ja, hier, in dieser Bekäufe. Du bist ja, hier, in diesem Kampf. Und das B thank you! Ihr macht sich los. Ihr magist ist weg. Bleib einnost. Komm mal, ihr Brotchen. Komm und fang. Komm. Was haben wir hier? Ich zeige euch, was er hat er mit er ist kratchig? Hau an, ich zeige euch! Komm her! 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 das ist echt schade was man eigentlich sehr wenig leute ich dachte ich führe hier so einen riesigen krieg an so dringend der endkrieg also jetzt nicht dass ich fliege an sich befürworte und ich bin ja der ganz ehrlich der meinung how did the battle go for you your plan was successful your excellency we won a resounding victory congratulations we were able to set the prisoners free they were completely exhausted but alive i would like for you to escort them to the closest village at your command your excellency once this is done you can return to your garrison and do not worry the mother cardinal will be informed of your valor in combat sehr gut von deinem erfolg dann reise ich jetzt aber diesmal lauf ich jetzt nicht noch mal hin bevor ich jetzt diese bestie besiege ich glaube ich mache das jetzt erst mit dem mit unserem cousin und diesen verrat von kurt ich weiß nicht mehr um sicher die die ihr eminence i salute you lady de sardet what can i do for you we managed to dismantle the order luminesses camp your eminence and while we were there we gathered proof of their exactions those wretched fools how dare they challenge me a second time i will make sure that a decree is so that their order is now forbidden on this island. The Guard served you well, and bravely followed your orders. They will be thanked and rewarded for it, but it is to you, Your Excellency, that I express my deepest gratitude. Without your intervention, Tuleme as a whole would have appeared as a monster in the eyes of the Islanders. It was my pleasure, Mother Cardinal. Have you had the opportunity to meet the Cardinal? She is a woman of infinite wisdom and... ...davon in Kenntnis setzen, dass wir gehandelt haben. Das machen wir natürlich auch direkt. Sie läuft nicht gerade elegant die Treppen runter, aber das ist jetzt mal egal. Das sah gerade echt ein bisschen witzig aus. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich erst das Vieh töten soll, oder ob ich erst Konstantin in einen Besuch abstatten soll. Ich habe aber Angst vor der Sache mit Kurt. Das beißt sich wirklich immer noch bei mir so ein bisschen rum. Ich habe hier nicht so einen Tisch gehabt. Äh. So. Magietrank. Ich könnte eine Rüstungssalbe erstellen. Ich weiß nicht was das bringt, Rüstungssalben. Ausdauertranken. Trank. Trank ja gleich für lange Zeit erhöht. Großer Ausdauertrank. Flinkheitstrank. Den könnte man nehmen. Stärketrank. Den kann ich natürlich wieder nicht. Aber klar. Äh. Ja. Was bedeutet das denn Nebeltrank? Trank. Äh. Trank. Wenn dir das schleift. Wie lange ist das? Okay. Gut. So. Wir können weiter. Was soll doch nicht angreifen, die Gute? What do you seek? I have come to tell you that we have taken care of the Inquisitors, and set the camp's prisoners free. You thought we weren't capable of fighting the Soul Lasser, and of freeing our people? That's not it. I thought it was my duty to inform the woman who represents Teleme here of the situation. She's the commander of the Soul Lasser, and she was furious when she heard about their actions. She made a point of punishing them herself, and of having your people set free as a token of good faith. I understand. She's proven a respectable queen, and you have proven an ally. I thank you for your help on all Manawi. From now on you have our gratitude, and our trust. From this day forward, you are a Karantz of our clan. Anything more? I need to be going. I am a Karantz. I am a Karantz. Das ist ja das, was Siora also uns die ganze Zeit nennt. Äh, okay. Jetzt muss ich mal kurz klug gehen. Äh. 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 Sursala. So. Was halt ich für Beweglichkeit, ne? Ich nehm einen auf Beweglichkeit fertig. Okay, ähm, genau. Jetzt haben wir nämlich nur den Prinzen, den Kategografen, das ist erstmal unverstanden, äh, den Buchstaben des Prinzen, die Notizen, Professor Snyderklinen, ja, das ist, Holztröhlerei kann ich nicht machen, weil ich dazu nach Konstantinus Champion der Arena ist auch, ja, dann bleibt nur noch Prinz oder das Vieh. Äh, ja, dann bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig, als jetzt da hinzureißen, reißen und dann, oh Gott, Kurt. Ich möchte vorher noch mal irgendeiner mit mir reden, Kurt vielleicht. Green blood, my friend. Do you need something? Wir haben nichts Neues mehr mit denen zu besprechen, das ist, das ist das Problem gerade. Ich habe alles fertig, äh, ja. Ich nehme dann Kurt jetzt nicht mit, ich nehme jetzt Petrus weiter mit und... Ich nehme Vesco mit. So. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt alles hier so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ich glaube nämlich nicht, aber, naja. Ich speichere das aber vorher noch mal ab, bevor ich da reingehe. Falls das wieder nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Jetzt erzählen wir ihnen ja erstmal, wer wir sind, also familienmäßig und dann gleichzeitig erfahren wir ja, dass er krank ist und dann kam ja der Verrat von Kurt. So. Und so dann, unser Venerable Doktor, was ist der Verdict? Es... Der Blut ist black. Konstantin, ist das deine Blut? Konstantin, answer me! Konstantin, stay with me! Konstantin! There is a chance he is in error. It might be something else. I'm going to die. No. No, Konstantin. I will die. Like your mother. And the others. On the continent. I... I am dying. I don't want to die. I don't... Not so soon. It's so... Cousin, I... I don't want... Konstantin, I am here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you. Cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that cannot be dealt with later. But please, please. Whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the Congregation did once attempt to colonize the island. The Noughts discovered it some two centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The Princes preferred to hide their defeat and paid the Noughts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story. Believe me. What do you mean? The Congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Noughts. According to the Admiral, my mother was captured from here during one of them. I was born on one of their ships. What? But... That means you are not... Your fair cousin. No. All the lies that we've been fed since our tender childhood. The fable told I am the spitting image of my dead father, lost during an expedition. I... I don't know what to think, Constantin. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my fair cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt! What is... Dismissed! Soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, your highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? What are you hoping to accomplish? Don't tell... Silence! We have little time and none to lose. Kurt! What are you talking about? The commander of the Coin Guard is here in New Serene at this very moment. He's preparing a coup d'etat. In the three cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary. Definitely. But never a traitor. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part. You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, your highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where your conspirators are? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you. The most urgent matter is to get our hands on the commander and his three lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off the heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. Okay. Ähm, Kurt ist auf jeden Fall da drin. Wir nehmen Petros mit. Und, ähm, ja. We'll certainly have to fight some traitors at Thorstens Behest on our way to the cellar. Stay on your guard. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must also think about the advisors, including your professor. And then we have to rescue Lady Marange. We must hurry, before the guard can act. So, und ich muss jetzt aber erst Schluss machen. Und es hat sich doch gelohnt, den Spielstand nochmal neu zu laden und erst die Aufgaben, also die Quest von Kurt fertig zu machen. Denn jetzt hat er uns nicht mit der Garde überrascht und uns verraten und uns wirklich umgebracht. Ähm, oder wir ihn halt. Äh, sondern, ähm, er hat uns jetzt insgeheim, in diesen ganzen Plänen involviert. Ich finde das gut, dass ich das, also, äh, ich hätte es uns sehr traurig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut. Ich sage jetzt nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.